Stell dir mal vor, du kriegst ein Zeichen, das dir zeigt, wer dein perfekter Partner ist. Ein Zeichen meiner Liebe. Und da bin ich aufgelachst. Warum bist du wieder da, Robert? Mein Leben hat sich verändert in der Infozeit. Du kennst ihn noch gar nicht so gut? Ja, ist ja wahr, oder? Wenn er gefickt hat, sind bei drei am Baum, oder? Hast du mich jemals wirklich gerne gehabt? Darf ich noch mit dir heim auf den Gefee, gell? Und das war das Scheinste, was ich überhaupt weggespürt hab. Der Geruch. Ja. Die Liebe. Ich bin weg. Ich bin weg von dem Scheiß. 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 Und das war das Scheiß. Und das war das Scheiß. Ich bin weg von dem Scheiß. Ich bin weg von dem Scheiß. Vielen Dank.